Lackier- und Malerarbeiten auf rauen Untergründen sind nicht einfach. Wir zeigen Ihnen den Weg zum perfekten Ergebnis. Für absolut saubere Farbkanten streichen Sie zunächst mit der Grundfarbe die gesamte Fläche. Sobald der erste Anstrich trocken ist, können Sie, wie gewünscht, mit dem Washy Strong Tape abkleben. Um perfekte Farbkanten selbst auf extrem rauen Untergründen zu bekommen, streichen Sie nun noch einmal mit der Grundfarbe die Ränder und lassen auch diesen Anstrich trocknen. Nun können Sie die zweite Farbe auftragen. Der zusätzliche Anstrich mit der Grundfarbe verschließt die Rendarme-Klebeband, sodass die zweite Farbe selbst bei diesem schwierigen Untergrund nicht unter das Klebeband fließen kann. Die Klebkraft der Washy Tapes ist auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt. Das rote Washy Strong Tape ist besonders reißfest und für unebene Untergründe wie Sägerausholz und Putz bestens geeignet. Mit dem Washy Sensitive Tape schonen Sie die Oberfläche von sensiblen Untergründen wie lackierten Flächen und empfindlichen Materialien. Für das Abkleben von glatten Untergründen wie Metall und Glas ist das Washy Gold Tape UV90 optimiert. Untergründen wie ein HochschТак. Vielen Dank.